So wirst du verarscht. Schau dir bitte genau diese Diagramme an, diese Statistik und ich denke auch der allerletzte Mensch, der noch an alles geglaubt hat, wird feststellen, dass er oder sie verarscht wird. Und zwar seit einem Jahr werden wir alle verarscht, diffamiert, zensiert, unterdrückt, manipuliert und Anhang von diesen Daten wird nicht nur unser Leben beeinträchtigt und eingeschränkt, nein, da wird ein ganzes Land zerstört. Ein ganzes Land. Und wenn das nicht schlimm genug wäre, es wird nicht nur ein ganzes Land zerstört, es wird die ganze Welt zerstört dadurch. Leute, wacht auf, lasst euch nicht mehr verarschen. Vielen Dank.